Die Frohnatur zählt zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands. Der Content-Kreator lässt seine Millionen-Follower täglich an fast allen Aspekten seines Lebens teilhaben, und sie lieben ihn dafür. Bald werden sogar noch mehr Deutsche eine Kostprobe von Teams lustiger Art bekommen, denn Er gehört wahrscheinlich zum Cast der kommenden Dschungel-Camp-Staffel. Eine gute Freundin von Team verriet jetzt, was die Zuschauer von ihm erwarten können. Im Promiflasch-Interview beim Thomas Sabo und Saboteur-Preis-Cocktail betonte DSDS-Sternchen Alicia Ava Beisert, 24. Ich glaube, gerade bei Team können die Leute sehr viel Abwechslung und Unterhaltung erwarten. Ich finde den Jungen einfach witzig. Und ich glaube, gerade im Fernsehen, wo das 24 Stunden live ist, wird das nochmal viel besser zum Ausdruck kommen. Weiter mutmaßte die Sängerin. Ich glaube auch, das wird so einer sein, der entweder immer in die Prüfung geschickt wird oder einer, der nie reingeschickt wird, aber unbedingt hin will. Der wird auf jeden Fall richtig motiviert sein, Gerüchte halber können Realität-TV-Fans sich neben Team auch auf die folgenden polarisierenden Stars freuen. Der ehemalige Bach-Elor André-Mangold, 35, Sommerhaus-Bekanntheit Lischer und Jimmy Bluer-Oxenk-Nechts, 30, Exilitz-Cook, 28, sollen sich ebenfalls in den australischen Busch wagen. Außerdem bekommt Schlagersänger Lucas Cordalis, 55, der in der vergangenen Staffel krankheitsbedingt ausgefallen war, angeblich eine zweite Chance.